Ich, Constance Frieda Stuart Reid, nehme dich, Clifford Herbert Chatterley, zu meinem angetrauten Mann. Von diesem heutigen Tage an, in Krankheit wie Gesundheit. Mein Armer, Liebling. Ich werde für immer bei dir bleiben. Constance, das ist unser neuer Wildhüter, der gefreite Mellers aus meinem Regiment. Guten Morgen, Lady. Guten Morgen, Mellers. Ich liebe dich. Ich bin sehr müde. Wenn du rauskennst, dass wir hier zusammen sind, würde ich mehr als nur meinen Job verlieren. Ich werde auf dem Bauch kriechen, Lady Chatterley, damit ich nicht sehen muss, wie ein anderer unter meinem Dach, mit meiner Frau den Acht vollzieht, den mir Gott geraubt hat.